The Real Mysteries Ja, meine lieben Mystery-Freunde, es gibt wieder eine spannende UFO-Sichtung und zwar aus dem Jahre 1998 Das Ganze ereignete sich in Drossendorf in Österreich Mehrere Passanten aus Drossendorf sahen am 3. Juli 1996 eine UFO-Landung Ein Anrainer dieses Ortes gelang sogar eine Aufnahme von dem besagten Ereignis In der Videoaufnahme erkennt man zwar ein Objekt Aber wie so oft sind die Aufnahmen, wie man sie erkennt bei UFO-Sichtungen immer schlecht Ja, meine Lieben, wie kam es zu dieser eigentlichen UFO-Sichtung? Martin Wimmer aus Drossendorf erzählt Folgendes UFOs sind pyramidenförmig aus Tropfenstein und haben als Insassen eine halbe Marille So sieht sie zumindest Speckerlins Bauer aus Drossendorf im Waldviertel Denn er hat als erstes ein rätselhaftes Lichterscheinungen mit bleibenden Spuren vermerkt UFO-Leibchen gehen weg wie warme Semmel, meint er Heute haben wir 50 UFOs gehabt, um 10 waren es aus, sogar den Elisabeth Morgen macht man noch mehr, was geschah eigentlich da? Im folgenden Teil werde ich euch einmal die Originalaufnahmen vorspielen Hier die Aufnahmen des Originalvideos aus dem Jahre 1996 Rudolf Slamer, ein 77-jähriger pensionierter Grafiker, erzählt Folgendes Ich konnte in der Nacht zum Samstag seit einer Kriegsverletzung wieder einmal nicht schlafen Ich ging auf den Balkon der Planermülle, steckte mir eine Zigarette an und vergaß aufs Rauchen Denn was ich sah, war ebenso unerklärlich wie faszinierend Denn in 200 Meter Entfernung stand ein unbekanntes, leuchtendes Objekt Es war wie eine oben runde Patrone und etwa 4 Meter hoch Unten sah man blendende Lichtscheine und daneben standen zwei Gestalten Ich habe mir meine Videokamere geschnappt, bin runter und wollte mich nähern Aber da ist es dann in hohen Bogen weggezischt Hausfrau Edi Planer sah das Objekt ebenfalls bei der Landung Und Samstag früh besaß ich Slamer die Landestelle Da gehnten drei Erdlöcher, angeordnet als Spitzen eines gleichseitigen Dreieckes Mit 1,4 Meter Zeitenlänge Dazwischen war das Gras verbrannt Der UFO-Zeuge weihte Bürgermeister Franz Krestan ein Und der machte es öffentlich Und sagt, Slamer ist ein völlig glaubwürdiger Mann Der Alkohol meidet Am Tag danach, Gendarmerie und Feuerwehr nahmen das Gelände an der tschechischen Grenze unter die Lupe Strahlenmessungen ergaben nichts Jetzt sollen Erdproben kriminaltechnisch untersucht werden Auch das Bundesheer muss passen Flieger Oberst Wolf Dieter Deser Wir haben weder undefiniertbare Radarsignale noch Luftraumverletzungen registrieren können Die Ergebnisse eines Kuriers und Lokalaugenscheins am Dienstag ergaben Die UFO-Piste ist zum Wahlfahrtsort geworden Fahrtfinder, Bändler, Routengeher, Touristen in Scharen Drei Viertel der Bevölkerung glaubt an Überirdisches Rentner versperren die Türen Kinder fürchten sich Der Oberfürschter, einer der Skeptiker Um so etwas zu machen, braucht man bloß einen Holzpfosten und eine Lötlampe Aber der Ortschaft hingegen ist vom Rätsel überzeugt Trestan, da hat sich niemand gespielt Es war etwas Außergewöhnliches Die Routengeher haben gewaltige Kraftlinien und magnetische Felder festgestellt Das hat sich gedreht wie ein Ringelspiel Die Experten würden alles unter Verschluss halten In dem folgenden Video-Ausschnitt, das ich euch nun zeigen werde Seht ihr, wie Radiostationen und Fernsehstationen ein Interview halten Mit einem angeblichen Zeuge, der ebenfalls diese Sichtung beschreibt Dass ich auch etwas davon habe Das ist jetzt die siebte Kamera, auf die man entgegen schaut Das ist mehr in die Knie aufgerollt Elegant Das ist der Urtäter Ich tue mal inszenieren Ich tue mal inszenieren Das hätte ich ganz gerne an Das ist der Urtäter Der Wind wird gleich aufgerollt Das ist der Urtäter Ich verstehe Sie sehr gut, aber wenn Sie da unbedingt der Tief das Längen wären, wäre es Ihnen sehr recht Also Sie waren der Erste dort, wie hat das ausgesehen? Also, der Onkel war zuerst das erste Mal dort, weil er hat mich vor 10, vor 10 am Samstagvormittag geholt mit der Tante, die wird so wahrscheinlich eh schon verliebt davon, und so hat er gesagt zu mir, er zeigt mir etwas, ich soll mir meine Gummistiefel anziehen und auf die Wiese nach hinten gehen, und beim Rotergehen hat er mir eben, das erzählt, Bonto der Ufo, und so, ich hab zuerst geglaubt, man er treibt ihren Glück, und dann wird es alles eben gesehen, da unten, also, war ja echt passioniert, die ganze Sache, weil, da unten hat er keine Kühlspuren, gerade nur seine Kühlspuren, die dort waren, die verbrannte Erde, das verbrannte Gras, und die drei tiefen Löcher. Wie hast du das ausgesehen? Das war komplett frisch verbrannt, also noch ganz grau, und die Dreiecke, also die, im Dreieck, die haben die Löcher, die Runden, haben ungefähr 15-20 cm tief, und gerade. Obwohl die Wiese schräg ist, und es sind gerade Löcher drin. Und wie, was glauben Sie? Ich glaube jetzt daran. Was? Ich glaube jetzt daran, dass es überirdische Sachen gibt. Im ganzen Satz? Ich glaube jetzt daran, dass es überirdische Sachen gibt. Also das heißt, was du glaubst, dass da war? Dass da sicher ein Ufer gerandet ist, oder irgendwas. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand gemacht hat. Weil erstens rundherum keine Fußspuren, oder so, irgendwas, da sehen wir, und das Gras ist ja ziemlich hoch, da müsste man nicht was gesehen haben, ne? Hoch, dann längste Teier, rechts der Müllbach, also nirgendwo war irgendwas zu sehen. Und gerade da in der Mitte, der braune Fleck, also die verbrannte Erde, und das verbrannte Gras mit den drei Löcher. Was glauben Sie, könnte es für eine Erklärung geben, dass eine außerirdische Ausgabe nach Rosenbach, oder nicht? Ja, vielleicht nicht die Ruhe, was da ist, ne? Also, wie gesagt, ne? Nicht anders kann man gar nichts vorstellen, ne? Also, ich meine, ich hab das auch in Karlsruhe umverfolgt bei diesen Dings, weil das war, glaube ich, erst einmal in der SZ. Haben wir nicht alles teuer, das habe ich im Fernsehen gesehen. Und das ist, glaube ich, wirklich dann. Nehmen Sie sich jetzt einen ganzen Satz nochmal, warum vermuten Sie, dass das hier gelandet wird? Ich vermute, oder ich glaube, also, wenn Sie so anfangen, habe ich ja. Also, das ist vermuten. Ja, wie gesagt, wie gesagt, da hinten ist nix, also ist die komplette Ruhe da hinten, und vielleicht haben Sie sich irgendwie, vielleicht haben Sie das Wasser hingegangen, oder was weiß ich. Ich weiß es nicht, aber er sucht, wenn ich das eben vor. Hm? Und das Drosendorfen, ein Drosendorf. Drosendorf. Wischenfaszenhofen. Das Drosendorfen war es ja besonders gut. Das ist gut, ja. Jetzt kannst du mir auch ein Bromit. Ja, du kannst. Bitte. Dankeschön. Nach dem Vorfall wurde der Fall genauer unter die Lupe genommen, und einige kamen zu dem Entschluss, das vom Zeugen Rudolf Slama gedrehte Video stimmt mit der von ihm berichteten Geschichte nicht überein. Der angeblich darin zu sehnte Lichtkegel stellt sich als eine Spiegelung seines eigenen Körpers in einer Fensterscheibe heraus. Die dabei auftretenden Leuchteffekten stammten von der Kontrollleuchte der von ihm verwendeten Kamera. Dies ist insofern bemerkenswert, als er in seiner Version immer bestritten hat, von seiner Wohnung aus gefilmt zu haben. Die Landesspuren entsprechen in Form unter Größe dem Umfang von eingegrabenen Doppelöliten in Weinflaschen, während die Brandspuren auf Verbrennungen von Dieseltreibstoff hindeuteten. Geruchsproben der Anwohner bestätigen diese Theorie gravierend. Und ganz nebenbei, am Abend des Ereignis, wurde in Drossendorf auch eine Sonnenwendenfeuer angefacht. Diese Aufgabe übernahm bereitwilliger die ortsässigen Feuerwehr, wobei sie angeblich so ungeschickt mit dem Diesel handierten, dass sie beinahe einen Waldbrand verursacht hätten. Die Erklärung der Gendarmerie, es habe sich um Schweizer Kracher gehandelt, entbehrt jegliche Grundlage. Zumal die Anrainer über keinerlei Knalleffekte zu berichten wussten, die angeblich einzige mysteriöse Lichtquelle im Video dürfte von einer Taschenlampe stammen. Somit wäre ja das Ganze eigentlich schon geklärt. Gäbe es da nicht diese Zeugen, die eine ganz andere Sichtweise haben, als bisher gedacht. Es ist gut anzunehmen, dass man hier wieder versucht, eine logische Erklärung daraus zu setzen. Und wenn man schon ein Fest veranstaltet mit einem großen Feuer, sind natürlich auch einige Dorfbewohner sicherlich dort vor Ort. Und wenn ein Dorffest schon einmal im Gange sein sollte, mit großem Feuerwerk und weiß nicht der Geier alles, dann ist das wohl in den Dorfgemeinden sicherlich bekannt. Und da würde ich schon mal sagen, da gibt es einige Fakten, die nicht ganz so zusammenpassen. Ich denke mir, hier wird vielleicht versucht, eine logische Erklärung zu finden von irgendetwas, was man nicht unterordnen konnte. Sei es mal dahingestellt, was es auch war, es bleibt bisher nur, würde ich mal sagen, ein Phänomen der besonderen Art, was sich dort 1996 zugetragen hat, in diesem kleinen Waldviertel an der tschechischen Grenze. Gerne könnt ihr Kommentare da lassen, wie ihr das Ganze seht. Vielleicht findet sich sogar noch in den Kommentaren ein weiterer Zeuge, der sich noch an diesem Ereignis damals 1996 erinnern kann. Und hiermit beenden wir das Thema. Und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Auf Wiedersehen und danke fürs Zuhören. ...Aufnahme von dem besagten Ereignis. In der Videoaufnahme erkennt man zwar ein Objekt, aber wie so oft sind die Aufnahmen, wie man sie erkennt bei UFO-Sichtungen immer schlecht. Ja meine Lieben, wie kam es zu dieser eigentlichen UFO-Sichtung? Martin Wimmer aus Drossendorf erzählt folgendes. UFOs sind pyramidenförmig aus Tropfenstein und haben als Insassen eine halbe Marille. So sieht sie zumindest Beckerlinsbauer aus Drossendorf im Waldviertel. Denn er hat als erstes ein rätselhaftes Lichterscheinungen mit bleibenden Spuren vermerkt. UFO-Leibchen gehen weg wie warme Semmeln, meint er. Heute haben wir 50 UFOs gehabt, um 10 waren es aus, sogar den Elisabeth. Morgen macht man noch mehr. Was geschah eigentlich da? Im folgenden Teil werde ich euch einmal die Originalaufnahmen vorspielen. Hier die Aufnahmen des Originalvideos aus dem Jahre 1996. Rudolf Slamer, ein 77-jähriger pensionierter Grafiker, erzählt folgendes. Ich konnte in der Nacht zum Samstag seit einer Kriegsverletzung wieder einmal nicht schlafen. Ich ging auf den Balkon der Planermülle, steckte mir eine Zigarette an und vergaß aufs Rauchen. Denn was ich sah, war ebenso unerklärlich wie faszinierend. Denn in 200 Meter Entfernung stand ein unbekanntes leuchtendes Objekt. Es war wie eine oben runde Patrone und etwa 4 Meter hoch. Unten sah man blendende Lichtscheine und daneben standen zwei Gestalten. Ich habe mir meine Videokamera geschnappt, bin runter und wollte mich nähern. Aber da ist es dann in hohen Bogen weggezischt. Hausfrau Edi Planer sah das Objekt ebenfalls bei der Landung. Und Samstag früh besaß sich Slamer die Landestelle. Da gehnten drei Erdlöcher, angeordnet als Spitzen eines gleichseitigen Dreieckes mit 1,4 Meter Zeitenlänge. Dazwischen war das Gras verbrannt. Der UFO-Zeuge weihte Bürgermeister Franz Krestan ein. Und der machte es öffentlich und sagt, Slamer ist ein völlig glaubwürdiger Mann, der Alkohol meidet. Am Tag danach, Gendarmerie und Feuerwehr nahmen das Gelände an der tschechischen Grenze unter die Lupe. Strahlenmessungen ergaben nichts. Jetzt sollen Erdproben kriminaltechnisch untersucht werden. Auch das Bundesheer muss passen. Flieger Oberst Wolf Dieter Deser, wir haben weder undefiniertbare Radarsignale noch Luftraumverletzungen registrieren können. Die Ergebnisse eines Kuriers und Lokalaugenscheins am Dienstag ergaben. Die UFO-Piste ist zum Wahlfahrtsort geworden. Er hat so wahrscheinlich eh schon ein Interview davon. Und so hat er gesagt zu mir, er zeigt mir etwas. Ich soll mir meine Gemischstiefel anziehen und auf die Wiese nach hinten gehen. Und beim Runtergehen hat er mir eben, das erzählt, von unter dem Ufen und so. Ich habe zuerst geglaubt, ich meine, R3 und Bühnen. Und dann wie ich das eben gesehen habe da unten, also, war ja echt passiviert für die ganze Sache. Weil der Hundermatt um keine Buchspuren, gerade nur seine Buchspuren, die dort waren, die verbrannte Erde und das verbrannte Gras und die drei Tiefen. Wie hast du das ausgesehen? Das war komplett frisch verbrannt, also noch ganz grau. Und die Dreiecke, also im Dreieck, die haben die Löcher, die Runden, haben ungefähr 15-20 cm tief und gerade. Und wo die Wiese schräg ist, sind gerade Löcher drin. Und Sie, was glauben Sie? Ich glaube jetzt daran. Was? Ich glaube jetzt daran, dass es überirdische Sachen gibt. Den ganzen Satz? Ich glaube jetzt daran, dass es überirdische Sachen gibt. Und? Also das heißt, was glaubt ihr, was da war? Dass da sicher ein Ufer gelandet ist oder irgendwas. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand gemacht hat. Weil erstens rundherum keine Fußspuren oder so, irgendwas zu sehen. Und das Gras ist ja ziemlich hoch, da müsste man nicht was gesehen haben. Hoch der und längste Teier, rechts der Müllbach. Also nirgendwo war ich fast zu sehen. Gerade da in der Mitte der braune Fleck, also die verbrannte Erde und das verbrannte Gras mit dem Dreierloch. Was glauben Sie, könnte es für Erklärung geben, dass der außerirdische Ausgabe nach Rosenbach kommen? Ja, vielleicht nicht die Ruhe, was da ist. Also, wie gesagt, nichts anderes kann man gar nichts vorstellen. Also, ich hab das auch in Karlsruhe umverfolgt bei diesen Dingen. Weil das war ja, glaube ich, erst um welchen ESZ. Haben wir nicht alles teuer, das hab ich im Fernsehen gesehen. Und das ist, glaube ich, wirklich da. Warum vermuten Sie, dass das Gehirn gelandet wird? Ich vermute oder ich glaube, also, wenn Sie so anfangen, habe ich ja. Also, das vermuten. Ja, wie gesagt, wie gesagt, da hinten ist nichts. Also, es ist die komplette Ruhe da hinten und vielleicht haben Sie sich irgendwie, vielleicht haben Sie sich irgendwie, vielleicht haben Sie sich das Wasser reingegangen oder was weiß ich. Ich weiß es nicht, aber so steht irgendetwas eben vor. Das Drosendorfen, ein Drosendorf. 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 Das Drosendorfen. Das ist gut, ja. Was kostet nicht? Mir war ein Brat. Bitte. Dankeschön. Nach dem Vorfall wurde der Fall genauer unter die Lupe genommen. Und einige kamen zu dem Entschluss, das vom Zeugen Rudolf Slama gedrehte Video stimmt mit der von ihm geberichteten Geschichte nicht überein. Der angeblich darin zu sehnte Lichtkegel. Mehr, was geschah eigentlich da? Im folgenden Teil werde ich euch einmal die Originalaufnahmen vorspielen. Hier die Aufnahmen des Originalvideos aus dem Jahre 1996. Rudolf Slama, ein 77-jähriger pensionierter Grafiker, erzählt folgendes. Ich konnte in der Nacht zum Samstag seit einer Kriegsverletzung wieder einmal nicht schlafen. Ich ging auf den Balkon der Planermülle, steckte mir eine Zigarette an und vergaß aufs Raupen. Denn was ich sah, war ebenso unerklärlich wie faszinierend. Denn in 200 Meter Entfernung stand ein unbekanntes leuchtendes Objekt. Es war wie eine oben runde Patrone und etwa 4 Meter hoch. Unten sah man blendende Lichtscheine und daneben standen zwei Gestalten. Ich habe mir meine Videokamere geschnappt, bin runter und wollte mich nähern. Aber da ist es dann in hohen Bogen weggezischt. Hausfrau Edi Planer sah das Objekt ebenfalls bei der Landung. Und Samstag früh besaß sich Slama die Landestelle. Da gehnten drei Erdlöcher, angeordnet als Spitzen eines gleichseitigen Dreieckes mit 1,4 Meter Zeitenlänge. Dazwischen war das Gras verbrannt. Der Ufo Zeuge weihte Bürgermeister Franz Krestan ein. Und der machte es öffentlich. Und sagt, Slama ist ein völlig glaubwürdiger Mann, der Alkohol meidet. Am Tag danach, Gendarmerie und Feuerwehr nahmen das Gelände an der tschechischen Grenze unter die Lupe. Strahlenmessungen ergaben nichts. Jetzt sollen Erdproben kriminaltechnisch untersucht werden. Auch das Bundesheer muss passen. Flieger Oberst Wolf, Dieter Deser, wir haben weder undefiniertbare Radarsignale noch Luftraumverletzungen registrieren können. Die Ergebnisse eines Kuriers und Lokalaugenscheins am Dienstag ergaben. Die Ufo-Piste ist zum Wahlfahrtsort geworden. Fahrtfinder, Bändler, Routengeher, Touristen in Scharen. Drei Viertel der Bevölkerung glaubt an Überirdisches. Rentner versperren die Türen. Kinder fürchten sich. Der Oberfürchter, einer der Skeptiker. Um so etwas zu machen, braucht man bloß einen Holzpfosten und eine Lötlampe. Aber der Ortschaft hingegen ist vom Rätsel überzeugt. Krestan, da hat sich niemand gespielt. Es war etwas Außergewöhnliches. Die Routengeher haben gewaltige Kraftlinien und magnetische Felder festgestellt. Das hat sich gedreht wie ein Ringelspiel. Die Experten würden alles unter Verschluss halten. In dem folgenden Video